Mit einer neuen Sendung möchten wir euch verborgene Garagenschätze auf Mobil TV 22 präsentieren. Vom Sportwagen, Oldtimer, Sonderkraftwagen, Motorräder sowie Skurriles der Mobilität auf TV 22. Mobil TV 22, eine weitere Garagengeschichte. Heute hier bei einem lieben Freund, der mit seinem Sohn Uli Breh und Moritz Breh wunderschöne Geschichten von Ihnen erzählt bekommen. Was gibt es hier alles zu sehen bei dieser wunderschönen Garage? Und wir werden jetzt diese Garage öffnen und dann schauen, was es hier alles zu sehen gibt. Ja, Vater und Sohn. Moritz und Sohn Uli. Moritz, Zweirad, Vierrad, was mehr? Alles ein bisschen, aber mehr Zweirad bei mir. Ja, du hast ja schon in früheren Jahren begonnen, über deine Designgeschichte in das Zweirad zu kommen und dann hast du dann vom Papa die schönen Motorräder gebaut. Ja, ein bisschen so hat es angefangen, aber mehr mit dem Fahren inzwischen. Reparieren und fahren. Ja, Moritz, du hast Trail gemacht, du hast Motocross gemacht, du bist in einen Käfig gefahren, du bist auf der Sandbahn gefahren, also viele Motorsport und jetzt nur mehr Enduros. Ich habe alles ein bisschen probiert und Senduro teigt mir halt am meisten nicht. Uli, das Zweirad, das war immer dein Ding? Ja, ich fahre ein bisschen länger als der Moritz. Der Moritz ist ja jetzt 19 und fährt jetzt 16 Jahre Motorrad und ich werde jetzt bald 60 und fahre wahrscheinlich 44 Jahre Motorrad und davon wahrscheinlich 14 Jahre im Regen. 14 Jahre im Regen. Und wenn man so schaut, was die alles waren, die wunderschönen und welche exotischen Motorräder du hast. Und Uli, du hast ja immer Motorräder, auch Custom-Bikes gebaut. Ich habe da eher, sagen wir mal, Ideen weitergegeben und die richtigen Leute gefragt. Jetzt habe ich quasi die richtigen Leute im Haus, die selber designen können. Und wenn du magst, können wir auch noch im Haus schauen, weil da stehen zwei sehr schöne Motorräder im Wohnzimmer. Wie der Papa sagt, du bist ja schon, du bist jetzt 19 und 16 Jahre, hockst schon auf den Motorrädern, also hast du ganz klein begonnen. Ja genau, ja, das stimmt. Und jetzt muss ich halt inzwischen schon alleine zu den Events fahren. Papa fährt nicht mehr so oft mit. Ja, ihr habt ja riesengroße Events gemacht. Erzähl einmal über diese Events, die ihr mit der Familie so durch Europa getrieben habt. Ja, es gibt ein Event, den Club of New Church, den veranstalten oder hat mein Vater ins Leben gerufen und macht jetzt irgendwie die ganze Familie halt mit. Und der ist Ende Juni in Neukirchen in Pinzgau und das ist einfach ein gutes Wochenende immer. Ja, ein tolles Highlight, Uli. Du machst das ja schon seit Jahren in Neukirchen, diese Veranstaltung. Und da sind ja immer über 20.000 Leute, die dieses Event besuchen. Ja, das hat eigentlich angefangen. Da waren es noch die Three Days, da war es ein reiner Triumph-Event und irgendwann hat man sich geöffnet. Jetzt ist es markenoffen. Das Publikum ist in Wahrheit genau das gleiche. Total nette, feine Leute, richtige Motorradfahrer, also nur ein Bruchteil kommt mit dem Hänger, mit dem Moped hinten drauf und post. Sondern die meisten wollen reisen. Wir machen geführte Touren. Wir haben, glaube ich, irgendwas zwischen 50 und 100 Tourguides. Es kommen, so wie du sagst, so um die 15.000, 20.000 Leute. Und das ist eine gute Woche inzwischen. Ja, ich war da selber mal mit dabei und da hat es ein Motorradrennen gegeben, das, was du ja selber mitbestritten hast, Moritz. Da kann ich mich noch gut erinnern, da habt ihr diese Motorräder dementsprechend und die Boxengasse gestalten von euch. Und das war ja ein tolles Highlight. Ja, das stimmt. Das ist ein gutes Highlight. Ich glaube, das Reglement ist 125er Viertakt, luftgekühlt. Das Rennen geht 24 Minuten. Nach 12 Minuten ist Fahrerwechsel. Und es geht mehr um die Show. Also es ist mehr so ein Spaßrennen. Historisch angezogen, da hat man Punkte bekommen, wenn du das alte Gewand angehabt hast. Also das war eine tolle Geschichte. Und gibt es den Highlight noch? Ja, ja, wir machen jedes Jahr ein eigenes, ein neues Motto. Nächstes Jahr ist Woodstock. Dann gehen wir jetzt einmal zu den Motorrädern. Und da sieht man, einige sind abgedeckt. Das sind die Motocross. Aber wir gehen zu den Highlight-Motorrädern, zu deiner oder einer, eurer Lieblingsmotorräder. Ja, Moritz, ein ganz besonderes Motorrad. Das ist das, was du jetzt selbst gebaut hast. Ja, genau. 125er Dominator. Und war eigentlich immer zum Arbeitfahren gedacht. Oder ich bin immer damit in die Arbeit gefahren. Im Winter wie im Sommer. Und irgendwann habe ich mir gedacht, jetzt muss ich es umbauen. Und so hat es angefangen. Und dann nochmal alles zerlegt und den Arm abgeschnitten. Und ja, einen Haufen Umbausachen gemacht an dem Ding. Und so ist es jetzt fertig. Was ist jetzt da speziell? Was hast du jetzt so umgebaut? Was ist da jetzt anders gegenüber dem Serienmotorrad? Na ja, ich habe einen neuen Tank gestraubt, eine neue Sitzbank. Das Heck ist verändert, das Heck ist umgebaut, einen Auspuff habe ich gebaut. Ich habe hinten und vorne neue Felgen drin. 18 Zoller. Die Gabel ist gekürzt, hinten ist gekürzt. Dann ist der ganze Rahmen noch Pulver beschichtet und die Deckel sind gemacht. Ganz ein besonderer Vorderreifen ist da drinnen. Die Beleuchtung ist ganz anders. Also wie bei einem normalen Motorrad. Da hast du ja einen Motorradlmechaniker gelernt. Und deine Liebe ist das Umbauen von Motorrädern auf spezielle Motorräder. Das ist ein spezielles Design. Und wenn man da sieht, auch den Tank, das hast du alles selber designt. Tolle Geschichte. Dankeschön, ja. War ein Haufen Arbeit. Du stehst ja nicht auf neue Motorräder, sondern mehr auf alte Motorräder, auf nostalgische, historische Motorräder. Und da haben wir eine alte Honda. Erzähl einmal über dieses Motorrad. Das ist ein Honda Elsinore. Eine CR 125. Das war einer der ersten Motocross von Honda damals. Oder wo es dann ein bisschen professioneller geworden ist. Die ist bei 1977. Also es ist ein Twinshock mit Trommelbremsen. Und es geht auch nichts weiter. Aber es ist trotzdem ein lustiges Moped. Jetzt gibt es ja so historische Rennen. Auch für Motorcross. Bist du das ein oder andere Mal dabei? Ja, ich habe dieses Jahr angefangen, so klassisch Motorcross zu fahren, mitzufahren. Und das macht mir ganz schön Spaß in der Klasse. Kann man sich messen mit den Älteren. Da wirst du einer der Jüngsten sein. Ja, ich bin eigentlich der Jüngste, ja. Man muss nicht immer moderne Fahrzeuge fahren. Man kann auch historische, nostalgische. Jetzt haben wir ein Designermotorrad von dir, ein Motocrossmotorrad von dir. Und was bewegt du auf der Straße? Ein alter Triumph, das ich im 50er Bonnville. Den werden wir jetzt besichtigen. Jetzt fährt man mit so einem alten Motorrad durch die Weltgeschichte. Und du bewegst diese Triumph. Das ist ein gutes Moped. Das ist ein altes Kriegsmoped. Da kann man halt noch alles reparieren am Weg. Was ist das für ein Baujahr? Das ist ja ziemlich, schaut mal jetzt alt aus. Ist das auf alt gebaut, alt getrimmt oder war das schon so? Ja, das ist ja Baujahr 74. Aber die haben eigentlich die Motoren ab die 65 nicht mehr geändert. Wir sind jetzt gerade auf Hamburg gefahren mit dem Moped. Und wie war das? Interessant. Wie viele Tage? Bis an die Ostsee bin ich gefahren. So 1500 Kilometer in vier Tagen. Wo habt ihr einen Zwischenstopp gemacht? In Würzburg, dann in Kassel, in Hamburg und dann an der Ostsee. Mit dem Autozug sind wir wieder zurückgefahren. Ja, wunderschöne Geschichten, was uns der Moritz erzählt. Und jetzt lassen wir dem Papa auch ein bisschen was erzählen. Der ist ja schon ewig mit den Motorrädern am Weg. Und wir schauen, was er für ein Straßenmotorrad bewegt. Schauen wir mal. Ja, genau.